So, heute werden wir mal nach Roque-sur-Seix fahren und zwar um dann die Kaskaden mal zu schauen. Das da oben, das ist Roque-sur-Seix, eins der 155 schönsten Orte hier in Frankreich. Und jetzt gleich fahren wir hier diese Straße zu den Kaskaden des Soutardés. Das sind die Kaskaden des Soutardés. Das sind also hier so Auswaschungen der Seize in der Nähe von Roque-sur-Seix. Das habe ich euch vorhin gezeigt, Roque-sur-Seix. Und hier sind halt die Kaskaden. Hier ist ein Höhenunterschied von teilweise 20 Meter und 25 Meter. Und natürlich eine Kurma-Kalanche. Die Kaskaden ziehen sich so ungefähr über einen Liter von 300-400 Meter. Die Wasserfälle fangen da hinten an. Das kann man jetzt nicht sehen. Und da hinten ungefähr noch 200 Meter weiter hören die aus. So, und in diesem Video werde ich euch mal zeigen, was man hier alles nicht da ist. Bis gleich! 0.110 und 0.1420.000 0.1550.000 0.1845.000 0.1348.000 0.1715.000 0.1845.000 0.1946.000 0.1947.000 0.1849.000 0.1856.000 0.18.000 0.1950.000 Untertitelung des ZDF, 2020